die markus präsentiert jeder kennt noch meine alten moderationskarten in den weißen beschriften die sind aber geschichte ich habe neue erstellt und guckt mal hier ich finde die sehen bombastisch aus guck mal auf der seite natürlich aufreißt das bild habe ich extra eingefügt für eine sehr gute freundin die dieses jahr mit dem erzleiter verstorben ist sie hat den kampf ihrer krankheit nicht geschafft das wisst ihr auch aber das wollte ich jetzt nicht erwähnen wie gesagt sie hat sich das foto immer gewünscht markus das sieht so schön aus das gefällt mir und der markus hat sich gedacht na ja bla bla aber quatsch bla bla guck mal alt neu ich finde das schwarz weiße total toll das ist ja auch auf meinen fankulis ja wie gesagt tipps news projekte kampagnen schauspiel tv presse meine interviews andere interviews etc pp mein shop dabei meine homepage und ich bin schon echt gespannt war nicht die einsätze schreibt eure meinung unten in die kommentare und dann wollen wir mal schauen wie gesagt ich drehe weiter fleißig videos wünsche euch noch was bleibt gesund und montag adios ciao tschüss